Sooo, Runde 2 Vielleicht Runde 1 für Akate Vielleicht auch bei mir Let's it go Ja mal gucken was draus wird Du hast ja auch ein Rennrad diesmal oder? Du hast ja Heimvorteil jetzt Du liebst es ja mit Motorrädern zu fahren Ja das hab ich auch gehört Wie vielter? Zehnter! Wuuu Und wir haben wieder die Map hier Geh mir mal neue Maps weil wir ganz fresh Ne? Ist ja wieder die Map wo du dir aussuchen kannst Wie du fährst Ja, ist doch schön Ich weiß nicht ob das so schön ist Ich weiß nämlich nicht wo die Stelle ist wo man runterfällt Weißt du doch Ich kann mich noch dunkel dran erinnern Ja Und da ist er wirklich vor mir Alter Oh da ist voll drüber geflogen Alter was hat der denn für ein Speed drauf Dass er so krass drüber fliegt Wäre mir gerade auch passiert Du Krass Ach wie? Wie kann man denn so viel Speed dort haben? WTF? Tja Indem man cheatert und hackt? Wahrscheinlich Das machte eine leckt voll komisch Richtig seltsam Das ist sehr komisch Sehr komisch Sehr komisch Boah, schau oben ran Ries, Risky, Risiko Der Risky Mystery Was geht bei ihm? Hey, der backt sich wirklich durch die Gegend Wie so ein gefilmter Typ Backt er oder leckt er? Ja, das ist die Frage Also lecker auf jeden Fall mehr Aber das sieht sehr seltsam aus Ja seltsam Sehr gut Würdest du eigentlich mal gerne Möchten neben dem Motorrad fahren? Prinzipiell ja Aber dann am liebsten auf einem Chopper Ok Wieso? Ist cooler Cooler Also finde ich persönlich Ich finde Chopper ziemlich cool Also was ich halt geil finde Ist auch so ein Quad zu fahren Das habe ich auch schon gemacht Und ich finde es einfach so Es macht so viel Laune einfach Weil du halt richtig so durchs Gelände brettern kannst Es geht halt mit dem Fahrrad nicht so leicht Aber mit dem Quad Du bist halt sehr stabil unterwegs Und es macht richtig Laune durch so Unebenes Gelände zu fahren Zu fahren Ich sehe grad im Hintergrund diese Motorräder fliegen Und mir sagst du ja zu fliegen Zu fliegen Ich flieg auch immer durchs unebenes Gelände Aber nur bei GTA Alter Ich war grad Erster Und auf einmal sind die beiden wieder neben mir Und dann auf einmal vor mir Du warst Erster? Was ist denn los bei denen? Ja ich war Erster Ganz schön heimlich Ganz schön heimlich Wollt ihr ja gar nicht angezeigt oder so Ne 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 Hab ich nicht gesehen Also ich hab mich von da unten auf Slum konzentriert Warum? Richtig Du verlierst doch eh eigentlich Ja vor allem ich hab wieder das Gefühl Ich kann einfach nur Irgendwie jemand überholen Obwohl ich richtig gut fahre Du kennst die ganzen Cheats halt nicht Hoch hoch unter AXB Du kriegst nix Weißt du? So in etwa ja Akato YouTube ist auf dem ersten Platz Jetzt hab ich es gesehen Okay jetzt hab ich es ja gerade selbst nicht bemerkt Dass ich auf dem ersten geland bin Ja nice Oh ich bin schneller geworden Wie auch immer Gar nicht Im Prinzip Im Prinzip ja Im Prinzip ja Im Prinzip gar nicht Gar nicht so unwahrscheinlich Eigentlich schon Komm wie lange wir auf Feinsten Ja ich kann mich beim Rennen auch nicht darauf konzentrieren Noch inhaltlich wertvolle Sachen zu erzählen Ach komm Und ziehen wir mal von der letzten Mathearbeit Was? Okay Die ist schon Jahre her Als ob der mich jetzt überholt Dieser kleine Spaten Ey ich bin zum Ehrlen froh dass ich aus der Schule raus bin Und zum anderen bin ich froh dass ich in meiner Ausbildung kein Mathe hatte Krass Weil Mathe einfach kein Mensch braucht Wozu haben wir Taschen Hast du eine schulische Ausbildung gemacht? Ja ne teils Ich hab erste schulische und dann berufliche gemacht Ja genau Stimmt teils teils Und dann hattest du keine Mathe? Nö Aber Deutsch Wirklich Ja wenn ich das auch so und durfte würde ich auf jeden Fall Deutsch nehmen Oder? Ja weiß nicht Grammatik ist halt auch scheiße ne? Find ich auf jeden Fall ja Und jetzt kommt wieder Jetzt haben die Typen sich hier durchgebackt Das sah wieder aus Alter Also wenn sie sich durchhacken würden Ja bei mir sind da jetzt auch Typen vor mir Ich bin jetzt dritter wieder ey ist das kacke Ich glaube hier sind wirklich irgendwelche Hacker dabei Das ist richtig komisch Nachbrennen Nachbrennen Wow Sieht richtig episch aus diese Map Ich glaube das ist ein sehr nices Rennen Das glaube ich auch Der Monsieur weiß gar nicht was ihn erwartet Wow Geht wird krass Echt ja Die Schütze müssen wir ja nicht weg Blöder Spacko Verglück dich selber Ins Wurst Okay Saugeil Was geht ab? What the fuck Was ist das für mich? Nein ich habe mich gerade Oh scheiße Was ist das? Ich habe mich selbst raus katapultiert Nein echt Fuck alter Oh ich sehe schon an Das ist eine Map wo wir ganz viel runterfallen werden Zumindest das Gefühl Hoffentlich Hoffentlich wirst du vor allen Dingen noch ein bisschen runterfallen Ich habe es bis jetzt noch geschafft nicht runterzufallen Das gefällt mir aber gar nicht Ja Wo kam der gerade her? Der gab so eine Abkürzung What the fuck Und da eine könnte runterfliegen Ne Schade Okay aber die Map ist schon mal so nice ne Aber wir sollen mal gucken ob wir mal selbst Maps erstellen können Das müssen wir euch mal ausprobieren Alter die Internetverbindung von manchen Leuten Also nicht von dir jetzt Ja Du bist jetzt mal aufgenommen Ist echt super Der legt sich die ganze Zeit Das 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 hatte ich letzte Runde geworfen Das hatte ich letzte Runde geworfen Fichtig sein Ne das hatte ich ja letzte Runde auch Aber ich finde das so nervig War ruhm Legt doch nicht Leute Kauft euch eine gute Internetverbindung Danke Idee Aber schaut euch eine vom Nachbarn wenigstens Ja alter echt jetzt Das ist eine gute Formula Ja ja und wenn ihr keine gute Internetverbindung habt Dann spielt halt nicht online ne Dann lachst es einfach Du trafst Spielt Pokémon Go Ja spielt Pokémon Go Und wenn ihr kein Handy habt Dann spielt Normales Pokémon Und nehmt einfach euren DS und vertraut Und tut so wie Pokémon Go spielt Ja genau Mit DS Ja So nervig Ich mein womit spielt man sonst Pokémon Go Ja klar Du hast dir gesagt wenn die kein Smartphone haben Ja sag ich schon Ja dann soll die halt Irren Wow Irren DS nehmen Und damit Pokémon Go spielt Kommst du mit Feuerwehr Ja okay Aber okay So Wo bist du denn mein Freund? Ich bin Neuter Neuter Ich bin auf dem vierten Platz Mit dem kleinen Ne Auf dem vierten Platz wie geht das denn Wie kannst du denn bitte auf dem vierten Platz sein? Wie kannst du denn bitte auf dem vierten Platz sein? Das ist schon krass Schon ein bisschen cheaten würde ich sagen Aber nur ein bisschen versprochen Okay Also okay ne Ja so lange es so ein bisschen ist Ja ich hab die Cheaten mal machen Als Ausnahme aber ne Ja ab und zu Ja ab und zu Heute erlaubst du ja morgen ist wieder verboten ne Ach nee Ach nee Mein Papa Du hast ein alter Jetzt bist du fisch Richtig fresh wirst du jetzt Weißt du was nicht fisch Richtig frech ist Was denn? Alter Was? Du warst doch auch grad eben ganz woanders Ja Ich war grad auf Platz 12 Jetzt bin ich auf Platz 3 Hast du nen Kugel Willi bekommen von Mario Kart oder was? Ja jetzt brauch ich nur noch nen blauen Panzer Der ist mir ernsthaft wie hast du das gemacht? Und warum überholen mich jetzt einfach alle? Tja Was los? Was machen die? Der ist mir ernsthaft wie ging das? Ähm Erklär ich dir in Ruhe nach dem Prennen Ja ja natürlich Du musst wenn du springst dein Motorrad so zurückziehen Dass du so ähm fliegst quasi Also nicht fliegst sondern Das ist Wie du den Wheelie Moves machst quasi auf einem Rad fahren Und das musst du in die Luft machen Da kriegst du mehr Airtime Mehr Flugzeit Okay Ich weiß Auf jeden Fall Auf jeden Fall Das nützt ja aber im Tunnel nicht Wo ich grad bin Ich hab mega verkackt Dann hab ich grad gemerkt Weil ich wollte es nicht sagen Alter ich bin ja einfach so langsam ne Ich fühl ich auch grad hier gelungen Hab ich grad nicht krieg ich auf Gas drücken kann wieder Ich siehste jetzt halt Ja klar überholt dann wieder Ich werd grad auch mega überholt Von gefühlt allen Nein nicht rauskatapultiert werden Oh Gott da kam grad so'n Wind Da kam grad so'n Wind Nein Nein Ja hell Warum gibt's denn hier Wind Ist das Ist das Ist das so nicht das Real Life hier Ja echt hab ich weißt du Das Spiel ist ja extra um sich hier abzulenken Weißt du dann kriegst du mit sowas konfrontiert weißt Wie Wind Oh fuck you Ah scheiße Was macht der denn Vielleicht Vielleicht auch deswegen Zweiter Krass Krass alter Alter Motorrad ist auf jeden Fall meins 12.000 Oh Was Und Rang 17 So Da sind wir wieder in meinem Lieblingsauto Auf einer sehr interessanten Strecke die ich noch nicht kenne Wtf Guck dir mal den Anfang an Das sieht sehr ungesund aus Alter das sieht richtig ungesund aus Was ist das Nur so ne Vermutung Ich glaub wir fallen gleich alle runter Aber nur so ne Vermutung Wow Wenn es nur ne Vermutung ist Ist ja ok Oh Wieder komplett gedreht Erst Alter Hast du der Pinke Alter Dieser Rote Vielleicht seh ich bei dir Pink aus Alter Das sieht bei mir ein bisschen Pink aus Dann hab ich dich gerade ein bisschen vor mir her geschoben Ich bin grad so massakriert Vom dritten und vierten Platz auf den elften oder sowas Ja du standst auch echt ungünstig möchte ich sagen Ja Aber das war nicht mein Leben Da bin ich hingekränkt Oh Gott Wo bist du mittlerweile Platz drei Oh na klar Das sieht ehrlich Das sieht doch richtig geil aus Wir fliegen über die Militärbase Platz eins Klar Übrigens der Trick mit dem Fliegen Fick dich Du Wichster Schmeißt mich nicht von der Strecke Du Ich hasse das Ich hasse das Wart doch mal ein Vermutung Was heißt ich hasse Komm schon gut an Ja wollte ich eigentlich Ich wollte mal ein Rage-Format machen Das würde passen zu dir Womit ich Wo ich einfach über Sachen abrage Warte jetzt bin ich hier gelandet Och nee Alter ich bin da Dieses Rennen hat da so viel Potenzial geil zu werden Diese Runde Das Auto Die Map Dann hab ich da so einen kackten Start einfach Und so viel Pech Er frag mich mal Ja komm komm Ich bin auf dem letzten Platz Welter Platz bist du? Letzter Immer noch Das ist immer noch Klingt gerade nur 10 Sekunden Letzter Platz Aber trotzdem Das müsste doch mal vorwärts gehen bei dir Ja wir sind so weit weg Was ist denn da los Ich fand ich das auch so ein Ding was wieder nur eine Runde hat Ich weiß, das lohnt sich auch mit dem Auto mehr zu fliegen? Äh ne im Auto lohnt sich das gar nicht Ich bin schon wieder 10. Weil ich gerannt wurde. Finde ich so scheiße. Geht mir aus dem Wege, Bitches. Oh Gott. Ich seh auch schon aus hier. Stell dir mal vor, ich müsste jedes Mal, wenn ich fluche, zensieren. Mach mal die Folge, mach mal die Folge, okay? Dann würde ich ja gar nicht mehr aus dem Schneiden rauskommen. Wird doch lustig. Wird doch lustig. Ja genau, lustig. Für wen genau? Für mich, zum Zuschauer in deinem Bach hinein. Immer die ganze Zeit piep, ihr piep, piep, piep. Verpiep. Du darfst sogar mich rauszuschmeißen, ohne dass jemand in der Nähe ist. Du hast es selber geschafft. Das ist krass. Das ist eine hohe Kunst, die muss man in China trainieren, bei einem Senpai. Jeder muss sich da so einen Senpai suchen. Aber erst wenn er dich beachtet, kannst du das machen. Natürlich, du musst halt erstmals das ansehen auf jeden Fall. Arbeiten oder hochschlafen, du kannst ja aussuchen. Ja, hochschlafen wäre auf jeden Fall die Option. Und das ist halt so wie bei Batman 1, weißt du? Und am Ende verrät er dich. Spoiler. Ja, ist auch richtig so. Du hast ja nicht gesagt, welcher Batman 1. Stimmt. Stimmt, Leute. Die Neuen. So, ähm. Was, die beenden gerade alle das Rennen? Ich bin zwölfter. Du meinst Batman vs. Superman? Ach nein, guck mal. Die beenden gerade alle das Rennen. Ich seh's, ich bin auch gleich im Ziel. Ach, das ist doch bocklos. Achtung! Drecksscheiße. Wenn du zur seeát teó? Tschöne ja noch mal. - Ich